Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout 3. Ich habe mir jetzt in der letzten Folge, ja, das hier nicht geholt. Wartet, ich zeige es euch ganz kurz. Plankets gültige Punkte. Ich habe sie mir geholt. Ja, sonst würde die liebe Still mir irgendwann den Kopf abreißen. Zwar nur metaphorisch, aber trotzdem. Und noch was habe ich vergessen. Ich habe hier noch das Notenpapier gehabt, wenn ihr euch erinnert, und habe mich gefragt, was ich damit machen kann. Ja, ich habe noch nicht alle Dialogoptionen mit Agatha durchgegangen. Und deswegen... Hallo Agatha, hallo. Schau mal einer an, wer da reingestolpert kommt. Die ist so tantig, oder? Was hat denn die Katze reingetragen? Naja, raten Sie mal, was ich für sie habe. Nein, sowas. Sie haben echtes Notenpapier gefunden. Das habe ich nicht im Traum zu hoffen gewagt. Das übertrifft wirklich alles. Ich wusste ja, dass die Beschaffung der Stradivari eine Herausforderung ist, aber das hier ist wirklich unglaublich. Ich bin überwältigt. Sie verdienen weit mehr als nur ein Dankeschön. Ja, toll, ne? Klar, ich nehme alles, was mir angeboten wird. Nun, wie ich bereits sagte, habe ich hier draußen fernab von allem keine Reichtümer. Aber ich kann Ihnen trotzdem etwas Nützliches geben. Neben dem Radio hinterließ mir mein Mann noch etwas. Sicher werden Sie dafür Verwendung haben. Das ist seine alte Pistole. Er hat etwas an ihr herumgebastelt und immerfort mit ihr geübt. Jetzt möchte ich, dass Sie sie bekommen. Oh, danke, Agatha. Es ist mehr, als ich erwartet habe. Nichts zu danken. Wenn Sie aufpassen, dass sie immer sauber und in gutem Zustand ist, wird sie sie nie im Stich lassen. Jetzt aber los. Ich muss mich an die Niederschrift der Noten machen. Oh, Mann. Das finde ich so gemein. Die arme Agatha. Die ist ja draußen so einsam und hat nur ihre Musik. Aber, naja. Ich würde es sehr gerne mitnehmen nach Megaton, dass sie sich da irgendwie ein schönes Häuschen sucht und dort einzieht. Aber guckt euch das mal an hier. 60 Schaden, das ist... Warte mal, ich muss erst mal die reparieren. Ja, weniger als die Schrot, aber das ist auch nicht verwunderlich. Seht mal. Na, die ist auch ziemlich beschädigt. Aber 60 Schaden, das ist mehr als mein linken Repertiergewehr. Das hat nur 55. Krass, oder? Richtig krass. Ähm, ich werde die Hauptquest übrigens ein bisschen weitermachen. Nicht sehr weit, denn ich möchte eigentlich nur was erreichen, was ich die ganze Zeit schon mal zeigen wollte. Werdet ihr aber noch sehen, das verrate ich jetzt nicht. Und dafür gehe ich erst mal ganz kurz hierher. Werd mal kurz was abladen. Werd nochmal kurz was verkaufen bei Moira. Ich weiß, das könnte ich auch offscreen machen, aber das geht ja schnell. Äh... Plunkets gültige Punkte erst mal weg. Dann würde ich sagen, ähm... Kurz Moira aufsuchen. Ich brauch so viel 5,56er, das gibt's nicht. Nervt voll, dass ich da so wenig Muni hab dafür. Ich gehe nochmal ganz kurz nach Underworld, glaube ich. Entschuldigung. Und werde da nochmal ein bisschen was kaufen bei... Warte... Ach nee, warte mal, mir fällt noch was ein. Ich werde mal in das Waffenlager einbrechen. Ist zwar nicht nett, aber... Oh, wussten Sie schon, dass der menschliche Körper ohne Magen oder Milz überleben kann? Oh, was ist los? Na, du verrückte Hihi. Na klar doch. Ich mag sie aber. Entschuldigung, was ist denn los? Meine Güte. Ja, bin noch ein bisschen verschnufft scheinbar. Jetzt wird's auf einmal sehr kalt draußen und... Da kommt das halt mal. Ich überlege gerade, ich hab wahrscheinlich viel zu viel Kram dabei, als dass es sich lohnt für mich, dass ich da genug rauskriege wieder. Warte mal, ich werde auf jeden Fall das ganze Buff out. Ach, noch was. Ich hab mich ja die ganze Zeit gewundert. Diese doofen Gewinnlose im Archiv, im Nationalarchiv. Da war ja dieses Gewinnspiel und ich hab nicht gewusst, wo ich die dann wegkriege. Und jetzt hab ich sie endlich gefunden. Warte mal, ich zeig's euch. So hab ich da verschiedene Mentats bekommen. Immer orange Mentats mit Wahrnehmung plus 5. Das war nämlich genau ein Terminal nebendran. Hat mir aber kein Schwein gesagt, ne. Warte, dann werde ich noch was. Wo hab ich die anderen? Traubenmentats geben mir Charisma. Ich werd die aber nicht nehmen, weil Mentats sind böse. Die sind Drogen- und Bärenmentats. Geben 3 Intelligenz. Auch weg damit. Wollte ich euch nur nochmal zeigen, bevor ich sie verkaufe. Das ist nämlich Quatsch. Also ich werd sie nicht nutzen. So. Kannst du auch haben, die Lunchbox. Ich würd auch gerne mal... Ja, diese Newka-Clear-Formel. Wenn ihr wirklich wisst, wo der genau steht, sagt's mir bitte nochmal in den Comments, weil ich hab überhaupt keinen Plan, wo der sein soll. Ne, komm. Das reicht eigentlich schon. Oder kann ich noch was kaufen? Ach, ne, komm. Stimpacks brauch ich nicht. Gute Jagd. Hier muss los. Bis dann. Tschüss. 24.000 Kronkorken hab ich schon. Wenn das mal nicht Hammer ist, oder? Warte, ich werd nochmal kurz nach Underworld gehen. Und... Achso, das Geschichtsmuseum werd ich mir auch irgendwann mal anschauen. So übrigens so... Nebenbei mal vielleicht... Da gibt's vielleicht auch noch einiges abzugreifen. Und vielleicht auch noch ein paar interessante Sachen. Ich werd nämlich dann gleich zur Bruderschaft gehen und mir dann... Vorab muss ich noch fragen. Kennt ihr... Kennt ihr... Kennt ihr Herr der Fliegen? Das erinnert mich ziemlich so ein bisschen an die nächste Folge dann wahrscheinlich. Diese Folge werd ich das nicht mehr schaffen. Aber Herr der Fliegen, diese Gesellschaft, die von Kindern aufgebaut wurde, ist hier auch ein interessanter Ansatz. Wie kommst du da drauf? Ich hab genau das Richtige. Darf ich's Ihnen mal zeigen? Bitte, bitte... Ja, was hast du denn? Schauen Sie ruhig. Es ist alles funktionstüchtig. Die ist ganz schön durchgeknallt, ne? Ähm... Fünf, sechs... Oh, jawoll. Hat sehr, sehr viele. Ja, komm, komm ich mir die noch. Kann man immer mal brauchen. Ich werd auch mal die Blacktail einsetzen. Die hat ja 44er Kaliber. Also brauch auch diese Magnum. Warte mal, da werd ich mir gleich mal eine zum Reparieren kaufen, falls das dazu kommt. Hast du denn noch und hattest du denn noch, äh, nichts Interessantes. Dann kriegst du von mir erstmal den ganzen Sheet. Warte mal, ich hab noch einen Haufen... Stelzbeuts. Davon kriegst du mal zwölf. Jawoll, und schon hat sich das ausgezahlt. Noch einer. Ja, komm. Bitte schön, dass du dein ganzes Geld bei mir losgeworden bist. Hihihi. So. Ich würd sagen, dann gehen wir mal zur Zitadelle. Denn dort ist die Bruderschaft des Stahls ansässig. Da muss ich jetzt nämlich die nächste Quest annehmen. Oh, ich hab noch die Schieß auf den Kopf. Ja, die werd ich dann auch mal die nächsten Folgen machen. Ah, ich überleg ja die ganze Zeit immer, was ich euch zeigen kann. Aber jetzt, da hab ich wieder was. Das wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ja, ich muss zu gelehrten Rothschild. Ich denke mal, das ist so eine Ansprung auf die Rothschilds. Gibt's ja auch in Wein. Zum Beispiel Chateau Rothschild. Ja, nur so als Randinfo. Aber ich denke mal, die haben sich daran irgendwie so ein bisschen orientiert. Mit Rothschild, Rothschild. Na, weiß man nicht. Gut. Gehen wir erstmal zur Zitadelle. Da werd ich dann wahrscheinlich nochmal pennen vorher. Ne. Oh, ist das Tag. Das ist gut. Oh, guck mal schön. Die Sonne. Oh, genau in die Sonne gucken. Mach das nicht. So. Hui. Dann werd ich mal mit Rothschild, Rothschild, Zungenbrecher, werd ich mal sprechen. Nein, du kannst mir nicht helfen. Das kommt keiner. Papa ist tot. Oh, müsst ihr da rumballern. Munitionsverschwendung. Die kämpfen wie Mädchen. Wie kleine Mädchen mit Zöpfchen. Wollen wir mal schauen. Wo ist er denn? Der Rothschild. So, warte. Ich muss ja schon kichern, wenn ich überlege, wie viele Leute bei dem Namen Probleme haben. Also Deutsche. Lassen Sie mich zuallererst sagen, wie leid es mir tut. Ich habe Ihren Vater kennengelernt. Vor vielen Jahren. Die Welt hat einen Ihrer letzten Visionäre verloren. Danke für das Verständnis. Gern geschehen. Nun ja, Dr. Lee hat mich über Ihre missliche Lage aufgeklärt. Sie benötigen eine gewisse Vault-Tec-Ausrüstung. Entschuldigung, gerade mal ein Stück Kaffee. Mein Vater hat noch etwas namens Geek gesucht. Haben Sie sowas? Ich finde Geek übrigens lustiger als G-E-E-K. Ein G-E-E-K? Gütiger Himmel. So etwas habe ich sicher nicht. Ich muss Ihnen sagen, dass viele Leute bezweifeln, dass es so ein Gerät überhaupt gibt. Geschweige denn, dass es funktioniert. Wenn Sie allerdings mit derselben Entschiedenheit auftreten wie Ihr Vater, könnte ich Ihnen vielleicht behilflich sein, eines zu finden. Okay. Also kennen Sie einen möglichen Fundort? Ja. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Leider aber nicht persönlich, da Dr. Lee mich dringend an anderer Stelle braucht. Ich kann Ihnen jedoch Zugriff auf einen alten Vorkriegskomputer von Vault-Tec geben. Vielleicht finden Sie darauf die benötigten Informationen. Sie finden das Terminal im Archiv im A-Ring. Okay. Danke für die Hilfe. Keine Ursache. Wenn Sie weitere Unterstützung brauchen, kommen Sie wieder. Ich kann Ihnen unter Umständen helfen. Alles klar, da wollen wir doch mal gucken. Lass mich doch mal durch hier. Gebt doch mal alle weg. Hier steht mir nur ein Weg rum. Oh, und schon wieder. Warte mal. Da müsste... Ja, ich werde jetzt nicht auf den Weg gehen, der mir der Pfeil ansagt, weil ich glaube... Genau. Hier komme ich auch in den A-Ring. A-Ring. Gut. Entschuldigung. Ich weiß auch, dass in Lyons Zimmer eine besondere Waffe liegt. Die werde ich mir auch noch mitnehmen. Was ist das denn? Die große... Die große Halle. Was steht da? Courage. Courage today, victory tomorrow. Mut, heute, Sieg, morgen. Alles klar. Och man, Leute. Ihr müsst auch immer einen Weg rumstehen mit eurer fetten Powerrüstung. Deswegen mag ich die nicht. Das sieht so klobig aus. Ja, lass mich mal in Ruhe. Wie quatschen mich da alle voll? Ja, ist mir egal. Ich plündere mal eure Automaten. Das macht denen nämlich nichts aus, komischerweise. Dass die mich immer gleich alle anquatschen müssen, wenn ich da nur vorbeigehe. Ach nee, jetzt bin ich im B-Ring. Das ist... Na, ist egal. Vielleicht... Hospital? Oh nö. Nicht du. Kann ich da was plündern? Sehr schwer. Oho. Ohohoho. Müssen wir ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen. Ah, verdammt. Beinahe hätte ich es gehabt. Nein. 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 Oh. Ja, sehr schwer ist extrem ätzend, muss ich sagen. Das ist dann Millimeterarbeit. Och, komm schon. Vor allem, dass man sich dann die Position so gut merken kann, ne? Ah, sehr schön. Was haben wir denn alles? Alles mitnehmen? Egal. Oh, sehr schwer. So, was haben wir denn? Ähm... Immaculately. Das ist es nicht. Infiltration. Oh, Infiltration ist fast richtig. Warte. Organisation. Auch nicht. Ach, verdammt. Dammit. Dammit. Ich brauch ne eckige Klammer, glaub ich. Dann krieg ich wieder Erlaubnissen aufgefüllt. Äh... Äh, die kann ich ja noch... Ne, kann ich nicht. Hm. Oh. Das war ne fette Bombe. Äh... Ach, komm schon. Gib mir irgendeine Klammer. Mensch und Kind. Erlaubnis aufgefüllt. Sehr schön. Civilization. Das war's. Zivilisation ist das Zauberwort. Ja, muss ich jetzt eigentlich nicht mehr machen? Ich könnte mal lesen, was da steht. Hallo, Sawbones, die blöde Einfallspinsel. Hier ist Glade. Ich habe wieder ihr Terminal gehackt. Ändern Sie schleunigst ihr Kennwort, bevor ich alle ihre dämlichen Roboter-Gedichte lösche. Äh... Beschauliches Schweben. Ein Gedicht. Hm... Was? Verluste? Bericht. Ach so. Paladin Blanchett. Ehrenvoll im Kampf gefallen. Jennings Kampf gefallen. Ist egal. Interessiert mich alles nicht. Ja, Entschuldigung. Ach, komm. Notizen zur Blinddarm-Operation von Pend. Pendleton wahrscheinlich oder sowas. Kreissäge war effektiv, aber nähen des Schnitts war ineffektiv. Wundätzung mit hoher Temperatur war erfolgreich. Ach, du liebes Bisschen. Einsatzergebnis Erfolg. Schmerz, Unwohlsein des Patienten irrelevant. Wahrscheinlichkeit eines zukünftigen Verfahrens 100%. Okay. Beschauliches Schweben. Ein Gedicht. Das Blut der Stählernern-Bruderschaft ist rot. Ionische medizinische Impulsstrahlen sind blau. Stahl ist besser als Fleisch. Was auch für Subprozessoren für künstliche Intelligenz gilt. Ja, das war wahrscheinlich so eine Anspielung. Auf Rosen sind rot, Feilchen sind blau. Ich mag dich nicht, weil du bist eine Sau. So ungefähr, ne? War jetzt ein bisschen schlecht, aber schlechtes Gedicht. Warte mal. Sehr leichtes Terminal. Squire Maxon. Ist das nicht der kleine Junge da? Quick. Quiet. Ja, quiet war es. Wars vor allem. Was haben wir denn da? Hallo, Knappe Maxon. Wie geht's dem besten Jungen in der Zitadelle denn heute? Tagebuchantrag 1. Der blöde, gelehrte Rothschild und sein blödes Labor. Ich wollte bloß mit dem Roboter reden und schauen, ob er mein Freund sein wollte. Ist doch egal, wenn er nicht laufen kann. Tagebuchantrag 2. Gestern hat mir Sarah gezeigt, wie man einen Menschen tötet. Tötet. Indem man ihm sein Messer in die Nieren sticht. Ich glaube, ich bin verliebt. Okay. Geschichte. Die Wächter von Gillyfrond. Was sollen wir nur machen, Mr. Wellingsworth? Fragte Molly. Mutter wird in Kürze zu Hause sein und ich muss noch mein Zimmer aufräumen. Ach du lieber Himmel. Ach herrje. Keine Sorge, Molly Golly. Wir werden uns noch ein wenig Hilfe suchen. Dann wird das schon. Mr. Wellingsworth watschelte mit seinem kleinen Teddybärbauch in die Mitte des Zimmers und rief mit süßer und kräftiger Stimme zu jenen, die dort auf den Regalen in der Spielkiste und unter dem Bett schlummerten. Kommt Leute, Molly Golly braucht eure Hilfe. Und da wir ihre Wächter sind, müssen wir alle mithelfen. Kommt schon, schüttelt euch die Staubhäschen ab. Staubhäschen tatsächlich. Und kommt herbeigehoppelt. Da ertönte aus allen Ecken des Zimmers ein Geraschel und Gerumpel, während Schaukelpferd und Eisenbahn, Bücherstütze und Babypuppe, Spielzeug und Puzzle zugleich wie durch ein Wunder zum Leben erwachten. Mr. Wellingsworth, aber ich, ich habe nie gewusst. Ich dachte, du wärst der Einzige. Oh, wie wundervoll, rief Molly entzückt. Wundervoll. Pah, ich habe hier ein nettes Nickerchen gehalten und süß vor mich hingeträumt. Und du kommst daher und wächst mich auf. Wofür? Schwerste Arbeit. Das stand nicht so in der Jobbeschreibung, Wellingsworth. Diese kleine, quiekende Stimme des Widerspruchs gehörte einem Mausi Maguire, Mollys Lieblingsstofftier, einem der wenigen Gefährten, denen es gestattet war, in ihrem kuscheligen Bett zu schlafen. Ach, Mausi, du bist am Leben. Molly rannte zu ihrem Bett, umarmte das verblüffte Plüschtier und drückte sein Körperchen nahezu die Füllung herausquetschend an ihr Herz. Autsch, au, das reicht. Genug, genug. Du erdrückst mich. Molly löste ihre Umarmung und ließ Mausi zurück auf ihr Bett fallen. Einerseits sehr aufgeregt, andererseits furchtbar enttäuscht, dass ihr Lieblingsstofftier soeben zum Leben erwacht ist und ein absoluter Blödejahn zu sein schien. Jetzt hör mal gut zu, Maguire, sagte Wallingsworth. Wächter der lieben Miss Molly Golly zu sein bedeutet, wir beschützen sie so gut wir können, aber wenn wir dabei ihr Töpfchen säubern oder den Müll rausbringen oder ja, ihr Zimmer aufräumen müssen, wenn wir die kribbelnden Krabbeltiere, äh, und wenn die kribbelnden Krabbeltiere kommen, und sie werden kommen, wirst du das machen dürfen, was in deiner Jobbeschreibung steht. Darauf gebe ich dir mein Wort. Das ist ja goldig. Warte mal. Das lesen wir auch noch, die Geschichte. Fiedel die Nachwuchs, fiedel die Faust, verfluche die Jungen, falls du dich traust. Kraft und Jugend, Glück, äh, Kraft, Jugend und Glück umwirbeln sie im Sturm. Fünf werden eins im lichtmannschen Schurm. Und wenn sie kommen, diese fünf Sonnen, haben die Kinder des Lichtmanns gewonnen. So schallen die Posaunen laut heraus und denk über den östlichen Schleier hinaus. Seien Sie gegrüßt. Hast du gerade den Whisky eingesteckt? Bist du mich verkohlen? Gut, wir knacken mal das Terminal von Lyons. Übertragung, Transmission ist nicht richtig, verdammt. Construction, auch nicht richtig. Infiltration, auch nicht, aber fast. Hm, warte mal. Bombe entfernen. Bombe entfernen. Jetzt muss ich mir merken, Infiltration war fast richtig. Äh, ist hier noch eine Klammer irgendwo? Klammer. Sehr gut. Organisation, auch nicht. Appreciation. Ahaha. Purification. Ja. Die Reinigung war es, oder? Purify heißt ja gereinigt. Ach, keine Ahnung. Forschung, äh, Fortschrittsbericht von Knapper Mason. Die Ausbildung des Knappen, ach Maxen. Die Ausbildung des Knappen Maxen macht gute Fortschritte und der Junge hat offenkundiges Talent für den Umgang mit kleinen Waffen. Aber ich mache mir oft Sorgen um seinen emotionalen Zustand. Er ist ein Kind, umgeben von Mördern und wird selbst zum Mörder herangezogen. Vielleicht macht mich mein Alter zu zynisch und zu weich. Ah, bäh, ich wünsche, ich könnte den Jungen eine normale Kindheit bieten. Eigentlich ironisch, schließlich ist seine Erziehung meiner eigenen so ähnlich. Vielleicht ist es das, was mir Angst macht. Ja gut, er wird da zum Soldat ausgebildet, ne? Mehr oder weniger. Sarahs Geburtstag. Dieses Jahr darf ich Sarahs Geburtstag auf keinen Fall vergessen. Vielleicht schicke ich Cross nach Rivet City, um in den Läden nach etwas Hübschen zu suchen. Sarah hat es vielleicht vergessen, dass sie eine Frau ist, aber ich nicht. Und auch die anderen Brüder offenbar nicht, angesichts der Blicke, die sie auf sich zieht. Ja, Sarah, das ist diese Blonde, die wir ja aus den Ruinen kennen, von DC, die uns damals unterstützt hat bei G&R Radio. Ah, hier ist es. Das Smugglers Ende, oder Schmugglers Ende. Das Smugglers Ende. Eine Laserpistole, na toll. Warte mal, ich gucke mal kurz die Notizen, habe ich was? Jetzt hören wir uns ganz kurz mal an. Seien Sie gegrüßt. Während die Menschen des Ödlands leiden und sterben. Willkommen, dich, ein gescheiterter, schwacher, alter Mann. Was habe ich denn schon erlebt? Wie viele Menschen, die ich helfe, die normale Patrone die Rüstung überhaupt durchschlagen kann? Willkommen. Die Menschen sterben an Soß und Strahlung. Gibt es etwas, wobei ich helfen kann? Sag euch! Ich bin mir zum gelehrten Bogic. Anscheinend arbeitet er an einigen Modifikationen. Aber einige meiner eigenen Leute sind zu Ausgestoßenen geworden. Und jetzt? Die in klare, technologisch überlegen. Und endliche Ressourcen. Die Macht muss in fähigere Hände. Aber ist die Zeit dafür ausbreit? Gut. Seien Sie gegrüßt. Ich bin die gelehrte Jameson. Es hat sich herumgesprochen, was Sie durchgemacht haben. Mein Beileid zu dem Verlust Ihres Vaters. Sagen Sie Bescheid, falls ich Ihnen helfen kann. Weil ich glaube, bei ihr kann ich genau... Äh, okay. Ich habe einen Bruderhaut-Holo-Tag gefunden. Was soll ich damit machen? Geht nur auf Englisch bei ihr, komischerweise. Ein Holoband? Oh je. Das wirft Licht auf eine traurige Angelegenheit der Bruderschaft. Doch vielleicht können Sie uns bei dieser Angelegenheit helfen. Falls Sie etwas Zeit haben, möchte ich Ihnen ein Angebot machen. Da ist die Übersetzung übrigens auch ein bisschen schlecht, weil Holotech ist eigentlich eine Hundemarke, kann man sagen. Ihr kennt ja diese Metallmarken von Soldaten, anhand deren man dann ihre Identität feststellen kann. Aber hier sagt sie halt ein Holoband. Also das, was eigentlich diese komischen Aufzeichnungen sind, die ich mir da immer anhöre. Na, ist ja egal. Klar, ich habe alle Zeit der Welt. Gut. Wie Sie sicher bemerkt haben, ist die Bruderschaft in allen Ruinen Washingtons tätig. Oft vom Hauptstützpunkt hier in der Zitadelle getrennt. Da wir nur wenige Kommunikationseinrichtungen besitzen, arbeiten viele der Einsatzgruppen als unabhängige Zellen ohne direkte Befehle. Manchmal führen ihre Missionen leider zu ihrem Tod. Als Hüter der Schriftrollen ist es meine Pflicht, die Taten jedes gefallenen Bruders festzuhalten. Mhm. Und ohne Funkausrüstung ist nicht klar, was mit Ihnen passiert? Ohne Funkgeräte weiß ich nicht, wo Sie sind. Wenn ein Bruder im Einsatz fällt, gibt es vielleicht niemanden, der mir von seinem Tod berichten kann. In ruhigeren Zeiten konnten wir Boten schicken, um mehr von Ihnen zu erfahren. Aber mit so wenig Leuten können wir uns diesen Luxus nicht leisten. Und genau deshalb bin ich gezwungen, um Hilfe zu bitten. Jeder Bruder trägt eine Holomarke wie die hier. Sollten Sie einen gefallenen Bruder im Feld finden, bringen Sie mir bitte seine Marke, damit ich seine Heldentaten in den Schriften verewigen kann. Okay. Ja, was bekomme ich für diese Erkennungsmarken? Wir haben Zugang zu sehr vielen Technologien. Aus diesem Grund sind wir in der Lage, verschiedene Dinge weiterhin zu produzieren. Ich kann Ihnen für die Erkennungsmarken, die Sie mir bringen, Kronkorken anbieten. Aber manchmal kann ich Ihnen auch etwas Interessanteres geben. Mhm. Gut. Dann würde ich sagen, ich habe... Nee, warte. Äh... Ich möchte Sie etwas über die Holomarken fragen. Was wollen Sie über die Marken wissen? Hm... Ich habe einige gefunden. Tatsächlich? Es betrübt mich, von meinen gefallenen Brüdern zu hören. Aber Ihre Namen und Taten werden aufgezeichnet. Wie viele haben Sie gefunden? Hm... Ganz viele. Also zwei. Ihre Namen werden in die Schriftrollen eingetragen. Und uns für immer in Erinnerung bleiben. Hier die Belohnung. Sie sollte klug und bei voller Gesundheit eingesetzt werden. Okay. 200 Kronkorken. Uh, gar nicht schlecht für zwei Stück. Äh, ich muss los. Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung. Sie sagte ja, wenn ich genug bringe, gibt es auch manchmal eine andere Belohnung. Ja, hat man die Klappe. Aber ich habe irgendwie in dem ganzen früheren Spiel noch nie so viele gefunden, als dass ich irgendwas Besonderes bekommen hätte. Und ich habe auch keinen Bock, die Typen jetzt abzuknallen. Deswegen... Maxons Terminal. Nein, ich gehe ans Vault-Tec-Terminal. Weil da finden wir jetzt raus, wie es weitergeht. Und zwar Vault-Tec-Liste, Washington und Umgebung. Oder Vault-Liste. Schauen wir uns erstmal die 76 an. Projekt Ziele. Ah, das... Zugang verweigert. Toll. Ich wollte gerade sagen, weil hier können wir wahrscheinlich so das Schema oder das Thema, besser gesagt, herausfinden. Warte mal. Schauen wir mal hier bei Vault 101. Projekt Ziele. Och Mann, warum ist das verweigert? Personalzuweisung interessiert auch nicht. Ich schaue mal kurz. Ausrüstungsangaben. Ich weiß, es war eine der unter 100. Bla, 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 bla. Gesamtbewohneranzahl 500. Ist klar. In diesen kleinen Vaults. Okay, da ist es nicht. Schauen wir mal an der 87... Ich glaube, die 87 war es. Ausrüstungsausgaben. Da, na, 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 na. Oh, hab's schon. Warte mal, ist es doch gar nicht. Oh doch. Da. Nicht standardgemäße Ausstattung. GEEK. Plasma-Eindämmungsfelder. Stasekammern. Lebensmittelverarbeitungsstationen. Okay. Gut. Also haben wir herausgefunden, in welcher Vault sich das GEEK befindet. Und da müssen wir dann als nächstes erstmal hin. Aber wir gehen nochmal zu Rothschild. Gehen wir nicht. Gehen wir. Gut. Warte mal auf zu ballern hier. Vor allem, wenn ich hinten dran vorbeilaufe. Oh. Es blitzt. Oh, schön, diese Wettereffekte. Ich mag sie. Auch wenn sie oft so ein bisschen, ähm... nicht gerade die Stimmung gut transportieren. Wenn man jetzt draußen ist und es sollte eigentlich schönes Wetter sein, dann regnet es im Strömen. Aber ich denke, das gehört eigentlich auch dazu. So, Rothschild. Komischer Name, wie gesagt. Ihre Anwesenheit ehrt uns. Ja, ich würde dich gerne anquatschen, darf ich? Hatten Sie Erfolg mit dem alten Terminal? Ähm, Vault 87 hat einen GEEK, aber ich weiß nicht, wo es ist. Ah. Nun ja. Wenn es nur das ist, kann ich Ihnen behilflich sein. Kommen Sie hierher. Ich zeige Ihnen, wo die Vault liegt. Alles klar, du alter Nerd. So. Das sehen wir jetzt nämlich hier anhand dieses Geräts. Aber es ist ja eigentlich wurscht, weil ich habe schon die ganzen Orte. Na gut, jetzt sieht man es noch nicht. Taucht, glaube ich, dann gleich auf. Hallo. Kannst du mal ein bisschen schneller? Ich habe ja schon alle Punkte bekommen durch dieses Perk, durch dieses Entdecker-Perk, aber... Schauen wir mal, was sie jetzt zu sagen hat. Diese Karte zeigt die Lage aller bekannten Vaults in der Gegend. Wir haben Vault 87 hervorgehoben. Hier. Der Zutritt zu Vault 87 wird für Sie besonders schwierig sein, fürchte ich. Was ist daran so schwierig? Das Gebiet ist extrem verseucht. Rund um den Eingangsbereich herrschen tödliche Strahlungsniveaus. Der direkte Zugang ist dadurch ziemlich unmöglich. Okay. Ähm... Es muss einen anderen Weg geben. An Entschiedenheit stehen Sie Ihrem Vater um nichts nach, scheint mir. Und in diesem Fall haben Sie recht. Es könnte einen anderen Weg geben. Vault 87 liegt gleich neben den Höhlen von Little Lamplight. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es in den Höhlen einen Zugang zur Vault gibt. Hm... Sie wissen es nicht? Leider gibt es keine Daten. Nachdem die ersten Versuche, die Strahlung zu durchqueren, fehlschlugen, konzentrierten wir uns auf andere Dinge. Sie aber können sich frei bewegen. Ein paar weitere Nachforschungen könnten nicht schaden. Ich bin natürlich sehr an den Entdeckungen interessiert. Okay. Danke für die Hilfe. Leider können wir nicht mehr tun. Denn die Bruderschaft steht möglicherweise einer sehr realen Bedrohung durch die Enklave gegenüber. Meine ganzen Anstrengungen müssen jetzt der Einschätzung dieser Gefahr gelten. Ich bin sicher, Sie werden das verstehen. Ja, 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 ja. Ach, da sehen wir es nochmal. Seht ihr? Da sind die Vaults jetzt alle hier. Es ist die 87. Und... Ja, Little Lamplight. Das ist das, was ich anfangs erwähnte, wenn ihr Herr der Fliegen kennt. Eine Gesellschaft aufgebaut von Kindern. Ja, ein sehr interessanter Ansatz. Nur im Film klappt es nicht so gut. Hier ist es eigentlich recht gut durchorganisiert. Aber ich will auch nicht zu viel verraten. Das sehen wir dann nämlich nächste Folge. Ich glaube nicht, dass ich das diese Folge schaffe. Ich gucke gerade... Nee, auf keinen Fall schaffe ich das. Ich lese mal kurz den Bericht von der gelehrten Elizabeth Jameson. Ältester. Ich habe die neuesten Berichte über die Zahl der Paladine und Ritter gelesen, die sich nicht zum erwarteten Zeitpunkt gemeldet haben. Ich verstehe ja, wie chaotisch die Zustände im Einsatz sind. Aber die Tradition verlangt, dass der Tod eines jeden Bruders, der im Kampf fällt, in den Schriftrollen festgehalten wird. Wir können es uns nicht leisten, uns nicht die allergrößte Mühe zu geben, wenn es darum geht, Beweise dafür zu bergen, wer gefallen ist und wer überlebt hat. Ich verstehe, dass jeder einzelne Bruder für die Aufgabe hier in der Zitadelle und in der nahegelegenen Stadt gebraucht wird. Darum habe ich vor, Außenstehende damit zu beauftragen, Beweise dafür zu bergen, welche unserer Brüder dem Feind zum Opfer gefallen ist. Ich werde Sie bitten, die Erkennungsmarken aller gefallenen Brüder zu bergen, die Sie finden. Das ist das Mindeste, was wir tun können, wenn wir schon nicht die Mittel dafür haben, eine richtige Beerdigung in allen Ehren für Sie abzuhalten. Sie brauchen sich keine Sorgen darum zu machen, Belohnungen für diese Beauftragung zur Verfügung stellen zu müssen. Ich werde sie aus meiner eigenen Tasche bezahlen. Dieser finanzielle Aufwand ist es mir wert, wenn ich weiß, dass dadurch die Tradition aufrechterhalten wird, ohne dass die Ressourcen für ihre Mission angegriffen werden müssen. Mit stehlenden Grüßen, gelehrte Elizabeth Jameson, Head Librarian, Order der Feder, Bunker von DC. Das ist aber ein klangvoller Titel, ne? Gut, ich würde sagen, wir schauen mal kurz, wo Little Lamplight ist. Oh Gott, ne, da muss ich weit laufen. Ja, aber am besten von Smith, Casey's Garage. Oder? Ey, der ist ja furchtbar. Oh, da ist die Vault 87. Da kann ich aber nicht zu Fuß hin. Ihr habt es gehört, ich muss durch Little Lamplight irgendwie unterirdisch, und dann in die Vault, weil tödliche Strahlung und so. Ah, das ist lustig. Das ist lustig. Och nee, das ist nicht lustig. Warte mal, ich hörte mal kurz. Hallo? Ich kann nicht campieren. Ja, sie können nicht campen, während Feinde in der Nähe sind. Och Mann. Ich geh mal kurz in die Garage. So, mach ich mal hier. 10 Uhr abends. Machen wir mal 11 Stunden. Dann sind wir morgens um halb 10 unterwegs. Oder halb 9. Ne? Halb 10. Ja, wie gesagt, macht niemals irgendwelche mathematischen Rechnungen. Auch wenn es nur so ein ganz normales 1x1-Kram ist, wenn ihr aufnehmt. Das geht immer in die Hose. So. Ist da irgendwo... Ich seh doch da vorne einen Kampfroboter. Warte mal, ich probier mal die Magnum kurz aus. Die Blacktail. Hihi. So. Alles klar. Oh. 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 Ah. Hi. Alter Schwede. Das war ja auch. Was macht ihr denn hier? Ich hab mich doch verkohlen. Nein. Ihr habt doch eine Spritze. Au. Au. Hau ab jetzt. Warum treffe ich die nicht? Wieso genau vor mir, du Schwein? So. So, schön. Und den anderen noch. Komm her, du Sau. Ist der hin? Da ist er. Na. Uh, das ist noch eine Todeskralle. Ihr wollt mich da echt verarschen hier. Guckt's euch an. Da kommen die jetzt mal von allen Seiten. Okay. Magnum. Was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt explodiert hier alles. Ich werd noch wahnsinnig. Uh, noch einer. Ey, ohne Spaß mal jetzt. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Alter, Verwalter. Was ist denn hier los? Hab ich denn irgendwas... Ultra-Hardcore-Modus aktiviert, oder wie? Oh, wie sah ich erstmal die ganze Nuka-Cola aus hier? Was? Ins Auge. So. Bist verkribbelt im Kopf. Au. Du Sau. Alter Verwalter. Stirb jetzt, ey. Ohne Spaß. Ich pack's ja nicht. Ihr seid doch bescheuert. Was soll denn das? Drei Yaoguai. Einfach mal so aus dem Nichts. Und dann explodiert hier noch alles. Mach ich fertig. Ey. So, warte. Ich trink noch das. Noch ein bisschen Blut. So. Blut ist gut. Boah, Leute. Ne. Wir haben auch schon wieder die Zeit geschafft, sag ich mal, für diese Folge. Ich mach mal wieder einen kleinen Cut. Ich führ das jetzt hier auch rein. Wenn's euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn nicht, auch gerne einen Daumen runter. Und bis zum nächsten Mal mit Fallout 3. Hey. Und dann müssen wir meinen Daumen hoch. Weihnachten.